Also wenn du jetzt ein Eigenheim hast oder irgendwo eine schöne Fassade hast oder bist vielleicht Gewerbetreibender hast, ein schönes Ladenlokal beispielsweise oder einfach eine Werbetafel, die auf ihren Betrieb hinweisen soll, dann sind solche Strahler einfach fantastisch. Das wird von vielen hundert Meter Entfernung direkt schon wahrgenommen. Es unterscheidet sich, die wir Ihnen hier anbieten dürfen und gerade mit der LED-Technik hat man auch wirklich mal eine überschaubare Kostensituation und fällt im nächsten Frühjahr nicht gleich wieder halbtot um, wenn man die Nebenkostenabrechnung bekommt. So, wem jetzt 50 Watt immer noch zu klein ist, wenn Sie sagen, ich möchte ein riesiges Grundstück beleuchten oder ein riesiges Gebäude, dann sind 70 Watt für Sie optimistisch. Vielen Dank. Vielen Dank.